Was ist denn das? Nur für nur. Das weiß ich nicht. Was macht ihr am Nürnberg? Ich mache nicht. Es ist Sinn. Aber wenn ich mache, dann ist es pejorativ. Wie ein Hobby. Ich mache Musik, ich mache ein bisschen Sport. Ihr macht einen Polizist. Die sind Polizist. Okay, dann. Was sieht ihr? Ich weiß es nicht.